Bei einer weiteren Folge von Minecraft können wir es überleben und heute geht es wieder mal um unsere Mauer um den letzten Trum. Heute bauen wir den letzten Trum auf unserer Seite, wo wir die Mauer gezogen haben und dann wird die Mauer in eine andere Richtung gebaut. Dafür werden wir aber allerdings zuerst mal den ganzen sinnlosen Sachen weg machen müssen. Ich zeige euch dann auch wo. Aber jetzt bauen wir erstmal den Turm in die Höhe und dann, wenn uns das Material reicht, auch zu Ende. Wenn nicht, leider muss ich dann das Material erstmal besorgen. Aber ich hoffe es reicht. Zumindest so, dass wir dann die Form und so weiter des Turmes haben. Was ich gemeint habe mit sinnlosen Sachen ist das hier. Das alles, was hier ist, muss weg. Und das werden wir in einer Folge vielleicht zusammen machen. Und damit ihr dann nicht immer das Gleiche sieht. Also wie immer meist davon Offscreen gemacht. Also das mache ich dann Offscreen. Und dann ziehen wir die Mauer in eine andere Richtung. Und dann muss ich noch den Platz auch noch vorbereiten für einen nächsten Bau. Und zwar es geht darum, wie wir das ja sehen, was dann kommt. Es geht, gewiss ja, ich habe bestimmt gesehen. Ich habe es gewusst, dass das nicht reicht. Ich bin schon gesehen. In einer letzten Folge, also was ich euch gezeigt habe. Unter Sport, müsst ihr mal angucken, was da kommen soll. Also ich habe euch gebetet, mir Kommentare zu schreiben. Wie wir das machen sollen. Aber weil die Kommentare dann nicht angekommen sind. Also bis jetzt noch nichts geschrieben wurde. Ja, wie soll ich das am besten machen. Ich habe dann gedacht, okay, dann mache ich das selbst. Und ich habe mich entschieden, etwas Großartiges daraus zu machen. Also dieses Projekt wird nicht nur in den Sinn von sehr schön, sondern auch sehr groß. Und das werden wir halt in den nächsten Folgen machen. Also wenn wir dann das alles, was ich euch gezeigt habe, wegmachen. Also diese Erde und alles, was diese kleinen Berg und Spiegel, das werden wir allerdings wegmachen müssen. Und ja, Platz machen. Dann wird diese Projekte auch gestartet. Dann machen wir, damit es nicht langweilig ist, drei Projekte gleichzeitig. Also werden dann im Bau einer Folge ein Projekt, zweiter Folge zweites Projekt. Und diese zwei Projekte sind halt immer raus. Und die Mauer, die wir immer noch nicht fertig haben. Und ja, ein dritter Projekt wird halt das, was mit Sport zu tun hat, gebaut. Und ich habe mir dann, wie gesagt, selbst entschieden, was daraus sein soll. Ich hoffe, es wird alles klappen, was ich spiele und schön sein und so weiter und so fort. Aber jetzt müssen wir uns erstmal die Steine besorgen. So, ich hoffe, jetzt reichen die Steine, die Mauer, die Wand sowieso weg. Deswegen mache ich jetzt langsam den Berg weg. Und ja, gleichzeitig auch die Steine daraus vollen. Ich kann so schnell wie möglich da hinrennen. Und ich hoffe, die Zeit wird es reichen, dass wir es schaffen. Allerdings jetzt kommen wir nicht mehr ran in die Sachen. Also ich könnte jetzt natürlich hoch, nicht hoch bauen. Aber ich gehe lieber so außerhalb. Nein. Ey. Äh, shit. Wenn du sehr schnell machen willst, dann klappt es überhaupt nichts. Weil du dich so stresst. Also wenn es zeitlich sehr knapp ist, dann kommst du zu seinem Stressgefühl. Und dann klappt es überhaupt nichts. Lieber langsam, aber ohne Fehler. Und das sind jetzt nicht so viele Fehler. So, dann machen wir dann weiter. So. Und dann hier so. Und wenn ich nochmal hier so sage, dann schieß es nicht. Also die Form ist schon mal fertig. Äh, glaub ich. Ne, ist sie nicht. Also sie müssen nochmal. Ich mach ja eins höher als die Mauer. So. So. Wie gesagt, jetzt wird dann drei Projekte insgesamt laufen. Weil ich hab mir gedacht, immer das gleiche zu sehen, wie wir das Haus da verschönern und dann wieder mal an die Bahn arbeiten. Das ist bestimmt nicht sehr schön. Und ich hab mir gedacht, noch ein Projekt reinzumachen. Also noch ein Bauprojekt. Und ja, diese Bauprojekte habe ich euch gezeigt. Ich hab, äh, noch mal zur Erinnerung, äh, unter Sport, ich reingemacht. Also, wenn mich interessiert und dann noch vielleicht nicht angeguckt wurde, guckt euch das an. Und, äh, wie gesagt, da könnt ihr noch wählen. Denn, äh, bis jetzt, äh, hat keiner, also Kommentar hinterlassen. Und ich mach dann so, dass ich dann, äh, weil keiner Mut entschieden hat, äh, dann so mach, dass ich es halt selber mach. Also, aber ich sag euch gleich, äh, das wird, äh, dieses Treuk wird echt, äh, geil sein. Also, dass ich da vorhabe. Und ich hoffe, der wird euch gefallen. Äh, das wird eine Kiki. Shit, okay, egal. So. So. Und so. Jetzt aber die Platten. Ähm. So. 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 Hm. So. Ehm. 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 Nicht, weil wir nur noch 3 Minuten haben, aber wir gucken mal, bis wohin wir das packen. Und dann können wir in der nächsten Folge, wie gesagt, diesen Bergkantischen räumen. So, damit wir dann in die andere Richtung schmau ziehen können, genauso wie auf dieser Seite. Wird auch auf der anderen Seite kommen. So, vielleicht, wenn ich Glück habe, wird auch... Ja, noch ein paar reichen. So, jetzt aber zurück rennen. So, rennen, rennen, rennen. Dann nochmal gucken. So, 2 Minuten noch, aber es sollte reichen. Dann würden wir noch keine Fehler machen. Jetzt reichen. So, jetzt... Wir streng mal alles wegkloppen. Nein, verdammt. Fehler gemacht. Also, schon mal unschön. So, sollten wir nochmal den Stein hinmachen. Und, äh, ja. Mach es halt auf. Dann wendig. So. Dann werden wir es zeitlich. So knapp richtig, wie eigentlich für euch so viel wie möglich in einer Folge zeigen. Dann passieren halt solche Fehler. Ja. So. Jetzt aber. So, so. Danke. So, so, so. Dann so. Dann so. Dann so. Und so. Dann so. Man erschießt nicht. Bitte diese so, so, so. Jetzt gucken wir, wie es schau sieht, ja nicht eigenermaßen, ja, sieht doch wie eine Kurmaus, oder? Ja, und ab hier machen wir dann in der Richtung ziehen, und ja Freunde, ich hoffe, in dieser Folge hat euch gefallen, und in der nächsten Folge machen wir dann das alles hier weg. Vielen Dank fürs Zuschauen, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.